Hey Sie! Haben Sie gesehen, Sie haben noch 19 Minuten auf dem Parcours? Sie sind zu früh. Sie haben noch 16 Minuten auf dem Parcours. Das heisst, Sie haben noch Geld zu gut. Was? Quatsch! Hey! Sie haben noch Geld zugekippt. So läuft das jetzt mit Wind. Was? Ja. Wind!